Dieses zu erwerbende renovierungsbedürftige 3-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Berlin Wilhelmshagen. Das im Jahr 1927 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 526 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 275.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.